Musik Oh Mann, ich will die andere Gruppe wieder haben. Ja, dann such sie. Ich weiß ja nicht, wer der Chef war. Nein. Hm. Was ist gar kein. Also den Namen, den hab ich ja alle auf Band, so ist es ja nicht. Ich könnte einfach nachgucken, aber ich hab keine Lust. Das ist mir zu aufwendig. Ich wäre ja gleich umgebringt. Siehst du? Äh, da muss ich denn tatsächlich hier hin. Ah, die Scheiße, schau mal nach. Oh, hat schon jemand gemacht? Ja, bitteschön. Du warst doch gar nicht in der Nähe. Ne, ich weiß. I know, I know, I know, I know, I know. Warum drückst du einen Knopf? Hab ich gar nicht. Aber das ist pink. Vielleicht hast du dich umbenannt. Der Grüne ist gewentet. Hm, hm, das ist dumm. Was? Das ist dumm. Achso. Wenn er sich erwischen lässt. Äh, ja, ist es. Banana, was haben sie dazu zu sagen? Ganz der Angenehme. Sag mal. Ich hab gewählt. Wen denn? Mich. Krass. Ja. Jetzt hab ich das verpasst. Was? Ich webe orange-rot. Keine Ahnung, was das ist. Komm gleich wieder. Tschüss. Ah. Ah. Manu, 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 manu. Hab's ja noch rechtzeitig geschafft. Wer? Ich? Wozu? Ja, dass die hier noch alle am Voten sind. Ach so. Ach, da kommt meine Serie gar nicht drauf. Morgen, glaube ich, jeder. Ja, Dr. House. Ich liebe Dr. House, meine Lieblingsserie. Enter. So, hab mich reingehackt ins System. Was schreiben die denn alles? Mario ist kein Instrument. Nicht? Ihr habt gewonnen, wenn ihr mich votet. Hä? Mich hat auch einer gewartet. Hast du ja. Oh, Junge, ist das ungemütlich heute, ey. Langsam ist der Stuhl echt durch. Sollten wir einen neuen zusammensparen, ne? 0, 0, 9, 3, 6, Enter. Wo ist denn jetzt hier Reaktor? Geht da einer hin? Nee, ich muss zum Treibhaus. Hallo, kommt hier mal jemand? Anscheinend nicht. Ich schaff's jetzt sowieso nicht mehr. Oh, na geht doch. Ich bin fertig mit Tasks. Braun schlachtet mich jetzt gleich ab. Hilf mir, yo. Geh weg, Braun. Ahem. Boah, jetzt hab ich das schon wieder verpasst, Mann. Mach jetzt eben Pause, so. Nein. Hab nix gesehen. Bei dem Flur links nach oben. Sollen wir Goku-Socke wählen? Okay, vote ich. Deine Mutter riecht aus dem Mund nach Kochsalz. Boah, Alter, was haben wir hier für? Alter. Komm, wir wählen Goku-Socke. Hab ich schon. Sein Bauch sagte Mashallah, die hübsche. Ganz ruhig jetzt. Ach Leute, vote. Du hast nicht gesehen, was ich getan hab. Was hab ich getan? Oh, Micha, das war knapp. Du hast nicht gesehen, was ich getan habe. Ja, was soll ich denn gesehen haben, was du getan hast? Ja, nix. Hä? Ich check das nicht, was du von mir willst. Wo bist du? Bleib hier bei mir. Nicht rennen gehen. Da, hi. Ich will mich entsassen. Hast du noch Tasks? Ähm, willst du mich verarschen? Ach ja, du bist Impostorer. Ich hab gerade vor deinen Augen jemanden getötet, ey. Stimmt. Komm, hier ist Deckel, trau dich. Komm, drück den Knopf, drück den Knopf, drück den Knopf, gucken, wen du triffst. Trau dich. Nein, nicht bei mir. Mach deine Tasks. Ich bin fertig. Komm, töte jemanden. Aber nicht mich. Du kannst sie eh rauswenden, von daher. Fühl ich aber nicht. Ich brauch mich doch nicht ohne, dass ich sass. Du bist voll sass, zumindest ist es bei mir. Ich muss den Raum auf jeden Fall wieder Antiallergiker holen. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben ja Gruppen, ey. Ja, ich verlasse dich, ich hab keinen Bock auf dich. Okay, ich mach mit. Instant gewonnen, so. Brumm, 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 brumm. Beschatzung. Ja, wo bist du? Da bist du. Hi. Tschüss. Ich geh weg von dir, wo du mich hier nur umbringst. Ich hab Müll. Hast du das? Ja, und ich hab Schachputz, dein Navi. Ach so. Ja, dann lass mich mal nach Navi kommen. Bist du wieder Imposter? Warte, ich komm nach Navi. Wo ist Navi? In der Mitte, links, rechts. Hi, ich geh hier unten rein. Ich bin drin. Wow. That's unbelievable. Dein Ernst? Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht, gar nix. Oh, ist das zu stolz ist, äh. Ja, ist klar, Brumm, brumm. Oh, doch nicht. Okay. Ich kann ja auch noch mitwählen, ich bin ja doch gar nicht tot oder raus. Mhm. Du wirst ja, der getötet hat. Ich weiß. Und ich dachte, grad du liegst da. Ja, weil der weiß war, ne? Ja. Erstmal Schreckmoment. Ich skippe. Ja, wir skippen, wir wissen ja nicht, ob die Farben ansehen. Wir haben nicht drauf geachtet. Deswegen skippe ich. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Farbe des Tablets die gleiche Farbe ist, wie du ausgewählt hast? Oh, krass. Das fällt mir jetzt gerade erst auf, weil das auf einmal pink ist, das Tablet. Ja, ich seh's. Weil das Tablet auf einmal pink war. Hä, pink? Ja. Ja, bei mir ist es in diesem Beige. Ja. Wo bist du denn? Welche Farbe hast du denn da? Achso. Ich bin die, die reportet. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich hab mich im Wend versteckt. Echt jetzt? Ja, natürlich war ich im Wend. Wo soll ich denn sonst hin sein? Ja, wo ich dich doch da rausgeworfen hab. Oh, schwarz hat dich gewählt. Oh, nett. Lass doch lol in Ruhe. Lol kann doch nichts dafür. Ja, doch. Er hat mich gewotetet. Dann lass dich nicht gewotetet hin. Hatte ich auch. Oh, wir sind alle eingesperrt. Hupsala. Ja, ich hab's noch rausgeschafft. Angehbar. Wo bist du hin, bitteschön? Weg. Was heißt hier weg? Weg. Wie weg? Wo ist denn weg? Weg. Hi. Verdammt. Hi. Ich hab dich gefunden. Töfte, ne? Töfterich, töfterich, ne? Oh, Elektrik. Ähm. Nein, hallo, meine... Mann! Was denn? Ja, meine Tastatur hat wieder nicht funktioniert. Okay. Aber denkst du, warum ich nach rechts gelaufen bin und nach nicht mehr nach links? Okay, wir wählen braun. Wer ist denn der andere Imposter? Das sag ich dir nicht. Danke. Sag ich dir auch immer. Nein, es ist, äh, Lisa. Hättest du ja nicht mitgerechnet, ne? Ne. Warum hat das alles nicht so wieder angeschrieben? Schreib mich einmal an, ich bleibe weiter. Hat mir die eine Tast gezeigt. Hallo, Grund nennen, Billard. Ah, ja. Also pink und braun sind Richtung Elektrik. Welche Farbe bin ich denn? Ich bin pink, ne? Hm. Ich skipper. Okay, ich auch. Hm. 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 Jetzt sind wir raus. Also ich. Oh. Oh. Hm. Wenn wir mal auf braun gegangen. Hm. Na, wir braun jetzt raus. Hm. Ich hatte eine bessere Chance. Hm. Ja, mir geht's gut. Hi. Oh, geh mal weg, Mann. Ich bleib bei dir. Boah, mobb mich nicht. Ich mobb dich nicht. Ich verfolge dich. Ja, das machst du immer, wenn du Imposter bist. Gut, ne? Scheiße, ich war zu langsam. Bitte nicht petzen. Hm. Du könntest mich jetzt natürlich saven, wenn du nett wärst. Ich würde nur sagen, nur weiß war auch noch da. Ich bin nicht weiß. Äh, da pink. Ne, lass mal lieber. Siehst du? Lisa hat das kennen, dann hast du mich ja angelogen. Lisa ist Imposter. Ja, aber warum sagt Bombe? Lisa ist für diese Runde gesaved. Für diese Runde, ja. Stimmt gar nicht pink. Ich war mit, ey. Hey, ich war doch gar nicht mit, ey. Der andere pink. Gibt noch einen pink? Krass. Weißt du? Ich skip. Ich sag gar nichts mehr. Ich enthalte euch komplett. Los, nicht sass machen. Hm, 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 hm. Aber die Zeiten sind gut eingestellt. Wie? Ja, Abstimmungsdauer voll kurz. Rede dauert ein bisschen länger. Ach so, ja, das stimmt. Geschwindigkeit ist gut. Tasten gut. Also, wie wir das immer gerne haben. Ich muss ja echt mal so ein Pulsmessgerät besorgen. Oh, Licht ist immer noch. Oh, hi. Tschüss. Licht ist reparatiert. Man, na, man, na. Oh, ich wollte gerade. Ich wollte gerade. Hab ich gesehen, dass du es bist? Ich versteck mich jetzt. Okay, mach das. Tue dieses. Man, na, man, na. 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 Lol. Oh Gott, ich muss gleich weinen. Warum? Weil das im Fernsehen voll süß ist. Dann entsüße es. Ich will auch wieder sowas Kleines. Das ist doch noch was Kleines. Aber sowas richtig, richtig Kleines. Dass es keine Widerworte gibt. Dass es mich nicht haut. Dass es einfach so süß ist und da einfach so rumliegt. Ah, ja. Ah, ja. Skip, skip, skip. Wir skippen. Okay, schon wieder. Ja, ich sag einfach gar nichts. Ich bin einfach still. Oba. Meine Fresse hat gekitzelt. Ja, tüfterig, ne? Ja, aber sowas war. Ja, ne? Tüfterig, ne? Schnell den Sabotage-Button drücken. Schnell sabotieren. Schnell sabotieren. Schnell sabotieren. Warum? Ja, damit keiner einen Knopf drücken kann. Bam, 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 bam. Oh, Reaktor ist an. Hoch, wie kann das denn sein? Ist das dein Irms? Ja, ist es. Warum? Komm. Ah, das sind die anderen. Mist. Kacka. Pipi kacka la kack. Kacka la pipi la kack. So viele Menschen hier. Sind beide Imposter noch drin? Ja, ich frage mich, warum die da nichts killen tut so. Dann töte mich doch einfach. Nein, nein. Okay. Nein, nein. Aber bis jetzt habe ich jeden Kill gemacht. Krass. Krass. Welche Kill-Colons hast du eigentlich? 15 oder was? Was das sagen? Oh, geht ja. Oh, darum. Ist chillig. Ist verlauschig. Verlauscherfrau. Oh, dieses Kind. Was ist mit dem Kind? Ja, es ist am Schlafen und am Trotzunordnung in dieser Wohnung. Wie geht das denn? Ja, das wisstest du gerne. Ja, na klar wüsste ich das gerne. Und wen hast du denn jetzt schon wieder getötet? Niemanden. Was? Was? Muss ich jetzt Cracker voten? Ja, bitte. Da Liza schon nichts auf die Kette kriegt, werden wir beide jetzt Cracker und hoffen, dass wir alle Cracker wählen. Komm, Leute, wählt Cracker raus. Oder zumindest unentschieden, dann kann ich den töten. Das wäre so toll. Oh. Oh. Hätte Liza sich mal nicht selber gewotet, was? Was ist ein Idiotin? Wie keiner mich zasst, irgendwie so. Du wirst gerade von Gelb gevotet. Ja, der ist sowieso schon die ganze Zeit heiß hinter mir her. Oh, Cracker. Cracker weiß, dass es jetzt eh gelaufen ist. Oh, Cracker ist weg. Cracker hat verlassen. Cracker hat verlassen. Cracker hat verlassen. Was ist das? Das war's mit Among Us. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Und lasst die Glocke da. Tschüss.